Prima Knödi. Ja, hast du deine Puppe abgelöst, ja? Super, mein Schatz. Okay, dann jetzt der Knödi ein bisschen Eierbrüten. Machst du ganz toll. Bist du jetzt ein richtiger Taube, ne? Ja. Toll, toll, toll. Viel Spaß. So, wo ist Mama Soße? Da ist Mama Soße. Mama Soße darf ein bisschen essen gehen, ne? Ja, essen, trinken und so weiter. Mama Hatschi hat auch gerade Ausflug? Prima. Dann sitzt er da, wohl der Horchi. Okay, mach dir prima. Mama Soße.